So, meine lieben Freunde, wir sind wieder zurück. Wir haben kein Holz mehr. Das heißt, wir machen jetzt auf die Suche erstmal nach Holz. Unten habe ich soweit erstmal alles zu, aber ich kann hier... Ups. Ja gut, das war's dann schon. So, das erstmal zerlegen. Das erstmal weg und das zerlegen. Vielleicht kriege ich dann ein bisschen Holz, dass ich hier noch eine Kiste machen kann. Wo ist sie jetzt? Jetzt ist sie nach oben gerutscht. Ah, das ist das Einzige, was ich nicht zerlegen kann. Okay. So. Erstmal irgendwo hin, wo sie mich jetzt nicht stört, da. So, okay. Obwohl ich ja eigentlich nichts im Inventar außer das und das. Gut. Okay. Gucken wir mal, wo wir Holz finden. Bin ich mal gespannt. Wollen wir nochmal eine Ersatzsteinax machen. So, und los geht's. Ohne Holz können wir nicht weiterbauen. Und ich glaube, das war der Grund, warum ich nicht hierbleiben wollte. Weil es ja kein Holz gibt. Federn mitnehmen. Es ist ja noch Zeit. Ist ja nicht so, dass wir jetzt Not hätten. Da. Ich bin mir nie sicher, ob dieses Geräusch ein Ast hier ist. Hier, sowas hier. Na, hat er gehört. Oder ob das ein Nest ist. Das ist immer so eine Sache. Ressourcenstände haben wir ohne Ende hier. Das ist wieder ein Ast. Da ist ein Nest. Zwischendurch immer wieder Federn machen. Äh. Ach, ich will immer Federn machen. Pfeile. Ich will Pfeile machen. So, okay. Mal einmal hier drüber. Pillern. Oh, was war das? Oh, ein kleines Karnickel. Ja, gut. Hätte ich eigentlich jagen müssen jetzt, oder? Wow. Was? Du hast mich erschreckt, Alter. Hast du noch nicht genug? Hast du noch nicht genug? Oh. Zwillinge. Ähm. Äh, ich sammle Sand ein. Nee. Komm, leg dich doch zu dir. Zu ihr. Liegen sogar fast gleich. Ist doch perfekt. Zündige sollten. Ach, die hat noch fast das gleiche dabei. Ich kann euch gar nicht... Das Kaninchen ist jetzt da reingerannt. Dummes Kaninchen. Na, komm schon. Ich hab mir gar keinen Schlafsack dahin genickt. Ich weiß gar nicht, wo es meine Hütte dann wäre. Oh. Wo ist sie jetzt? Der ist gut, oder? Warte mal ganz kurz. Ich bin hier lang gelatscht. Ach, jei. Mal eh mal schnell in den Schlafsack hinlegen. Ich find den Wegsatz nicht mehr zurück. Und wenn ich sterbe, dann... Was weiß ich, wo ich dann ankomme. Oh. Noch einen. Hab ich nicht gesehen. Äh, nee. Ach, Gott. So, und... Äh, hier. Was war das? Oh, hab ich das gesehen. Und dann kann ich mal eben den anderen Kram wegpacken. Zack, tada. Zack, zack, zack. Kein einziges Holz mehr hab ich jetzt im Inventor. Ich könnte aber nicht mal ein Feuer machen, ich seltsame. So. Schnell. Ja, das, ähm, hoffentlich ist es jetzt nicht so weit zu einem anderen Biom, dass ich mir da jetzt mal eben Holz holen kann. Dann werden wir uns damit ein bisschen ein bisschen eindecken. Noch ein Zombie. Damit wir erstmal auskommen, so die nächsten zwei Tage vielleicht. Gucken. Weil, ich möchte die Hütte sicher machen, am nächsten Tag noch. Und da möchte ich eigentlich gerne noch mal ein bisschen erkunden gehen und looten. Zombie. Zombie. Oder ist das hier Wild Wild West, hä? Hier, nur Westen und... Wow, wie ist das schrocken, das war jetzt laut. Ziemlich nah. Achso, das ist wahrscheinlich... Oh ja, okay. Hm. Grace ist außer Atem, außer Atem ist die Grace. Aber wir haben doch eigentlich keine Zeit, Gracie. Wir brauchen doch Holz. Ein Bäumchen wäre nicht schlecht. Oder zwei, drei Stück. Ja, wenn man es noch nicht... Gut, wir haben jetzt ein Holz, ist ja schon mal was. Und wenn man es noch nicht hatte, eine Yucca-Pflanze... Also, wo soll man die sonst herkriegen? Also einen Yucca-Samen. Wo soll man das sonst herkriegen? Was? Die Yucca-Pflanzen? Achso, oh, nee. Nee, nee. Da kriegt man das nicht raus. Total unlogisch. Hat jemand nicht gebraucht, hat weggeworfen. Das ist aber wirklich ein großes... Wüsten-Bio. Finde ich ja echt erstaunt. Ich habe keine Lust, da hinten rüber zu schwimmen. Weil da hinten war ja ein Baum. Aber was ist, wenn das der einzige Baum war? Na, gerade mal gucken. Nur Orang. Zombies ohne Ende. Aber... Hm. Oh, ich bin erschrocken. Gut, ein Hühnchen zu jagen. Durch die Büsche hier ist natürlich so eine Sache. Man kriegt alles. Nur nicht das Hühnchen. Aber ich will auch jetzt nicht das Hühnchen haben. Ich will eigentlich vorrangig jetzt... Holzerrohr. Das ist wirklich... ...wirklich groß. Hm. Hm. Hm, 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 hm. Ich glaube, dann können wir da nicht bleiben. Dann müssen wir auf jeden Fall weiterziehen. Vor allen Dingen sehe ich auch nicht ein einziges Tier. Bis auf die Kaninchen und die... ...äh, Hühnchen. Aber, äh, das Hühnchen bringt irgendwie ein oder zwei Fleisch. Und das Kaninchen genauso. Und wie viele Kaninchen und Hühnchen soll ich denn jagen? Also so viele gibt es von denen auch nicht. Hier. Jetzt. Boah, was ist denn jetzt hier? Hm. Jetzt hatten wir das Glück, eine Hütte direkt zu finden, aber... Ja, so ist das dann, ne? Entweder findet man eine Hütte und nichts anderes mehr. Oder man findet nichts anderes. Hä? Oder man findet keine Hütte, aber alles andere, ne? Na. Und zappla. Ja, was soll ich damit? Eine Straße. Wir gehen mal... ...die Straße hier hoch. Gucken, wohin sie führt. Bin ich jetzt weit weg? Es geht eigentlich. Hier ist noch eine Hütte. Jetzt hab ich meinen ganzen Kram da drüben. Oh, essen und trinken finde ich gut. Wir gehen mal eben hier hoch. Oh, da bin ich jetzt erschrocken. Kam, das stand ja schon die ganze Zeit da. Das möchte ich nachher im Video mal gucken. Oh, das ist wirklich so wahr. Halt die Klappe. Halt die Klappe. Was ist denn? Gibt es kein anderes Bion auf dieser Karte? Gerade war ich noch so begeistert. Ja, aber ich bin nicht so begeistert, dass ich das nur haben muss. Was war das? Ne Tasche. Ich wollte mich mit Kram eindecken. Äh, mit Kram eindecken. Mit, ähm... Oh, ich bin ja so durcheinander, weil ich hier... ...mich so konzentriere auf die Suche nach dieser blöden... ...nach diesen blöden Bäumen. Boah, hier sind aber viele Taschen, muss ich sagen. Jetzt lohnt es sich auch mal ein paar Sachen mehr mitzunehmen. Denn in der Bergbank können wir jetzt Sachen miteinander kombinieren. Die entweder so reparieren oder verbessern. Vom Level her. Bin ich jetzt wieder an dieser Straße? Glaub schon. Ja, ich werde... Ich werde weiterziehen müssen. Das geht hier definitiv nicht so. Mal gerade mal gucken. Seht euch das mal an, wie groß das hier ist. 17 Uhr. Ich habe keine Lust auf diesen kleinen... ...Mini-ästen drauf rum zu kloppen oder auf diesen... ...diesen Gröll hier. ...Göll. ...Mini-ästen drauf rum zu kloppen. ...Mini-ästen drauf rum zu kloppen. Ist ja echt der Hammer! Wie riesengroß das hier ist. Dieses Bio. Hat hier gute Grace Duas, weil da unten gerade stand... tagebucheintrag was sagt ich glaube schon ja so langsam muss ein bisschen durchhalten da war ich nicht gerade nee das war woanders und das hängt in der luft ok ich decke mich jetzt so mit vielen kram ein und kann das alles gar nicht mitnehmen nachher ein kleiner baumstumpf kann ich ihn kann ich doch hier gibt es ganz viele kann ich ja wir gehen noch mal einmal hier oben hoch gucken da einfach noch na lass mich überall so tja ich dachte schon der wirft irgendwas gracie ist außer ab was oder helfen da habe ich auch die juckers ich gehe jetzt noch weiter Ich wüsste gar nicht, wo ich hinatschen soll, wenn... Ja, gut, deck dich nicht mit dem ganzen Kram ein, das kannst du nicht mitnehmen, wenn du auf Wanderschaft gehst. Ich weiß, da war ein Nest. Muss jetzt da liegen bleiben. Aha, ein Friedhof. Merken. Komme ich später wieder. Nicht jetzt unbedingt, ich muss mir noch ein bisschen umgucken. Ich brauche Holz. Ob wir jemals herausfinden werden, ob es noch andere Biome gibt. I don't know. So. Kommen wir die noch? I don't know. Wir gehen auf den Weg zurück. Ich werde jetzt so... Ach, ich bin voll mit Futtern. Ich habe so viel gegessen. Oh, nicht schlecht. So viel gefuttert, dass sie nicht mehr futtern muss. Ist ja super. Ein Glas hat sie. Ja, gut. Hat sich dann erst mal erledigt, würde ich sagen. Wir werden auf jeden Fall weiterziehen. Das... Ja, wenn ich wenigstens Samen oder sowas finden würde, dann würde ich die ja einpflanzen. Oder einen Baum finden, dann kann man die Samen ja mitnehmen. Dann wäre das auch wieder kein Problem. Ach, Nester. Komm, das muss ich jetzt auslassen. Wir müssen da hintereinander. Mal einmal auf den Weg zurück machen. Noch eine Hütte. Oder ist das die von gerade... Ne, das war eine andere. Die sah anders aus. Aber ich brauche noch einen Topf. Ich habe keinen Topf. Wir gehen mal da rein. Ich hoffe, jetzt taucht keiner direkt von meiner Nase auf. Da habe ich keine Lust zu. Ich will nur schnell... Gucken, ob hier ein Topf drin ist. Komm. Auf. Leder. Nimm dich mit. Einfach, weil ich es gut gebrauchen kann. Die Stühle nehme ich auch mit. So. Gläser. Okay. Nix. Noch mehr Gläser. Okay. Wieso? So. Ich muss zurück. Ich muss auf jeden Fall zurück. Ich muss zurück. Na, komm. Mal einen kurzen Blick noch hier rein. Nein. Ähm. Okay. Komm. Ich will schnell noch aufmachen. Ja, komm. Jetzt will ich noch ein... ... ... ... ... ... ... ... ... so so und so wo ist das jetzt wieso habe ich das gut ist egal da unten ist er drin ok schnell schnell home das war ein ganz schönes stückchen ich wollte auch die stühle hier wir bringen nämlich auch holz kommt schon kommt schon kommt schon kommt schon bisher gerade die zeit ist schon gekommen und wir müssen feiern machen aber wir gehen erst noch nach hause vielleicht passiert mir irgendwas noch dennoch und so ok wo ist mein zu hause und dann denke ich muss ich erst mal sortieren was ich überhaupt mitnehmen denn ich kann nicht alles mitnehmen und das was wichtig ist werde ich mitnehmen und den rest muss sich dann zu hause lassen nester ohne endlich was finde ich immer noch nachkommen finde ich ja echte hammer also ich bin mal echt gespannt wie weit wir dann laufen müssen das war ich unter anderem brauchen wir das vielleicht fast in den kaktus reingelaufen so wir sind fast da straße ach so ja genau die kann mir vorher noch den bill hatte ich noch nicht gut ok wüste schön und gut aber wenn die so groß ist macht mir das auch keinen spaß und das heißt dass wir erst mal wieder weiter auf suche gehen müssen und ich habe mich schon so gefreut eine hütte zu finden und dann sollte so auch kommen das kriegst du auch hin ich laufe in die falsche richtung ich muss doch da ja 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 hier sind so viele zombies ist ja ich der hammer wie viele zombies hier sind hoffentlich kommen die jetzt nicht mit mir nach hause versteckt ja gut die laufen trotzdem meistens noch in die in die richtung noch mehr gläser so genau sammeln immer mehr ein was für eine ach so du bist so ein komm schnell 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 nein die sachen verschwinden doch nicht oder ich habe die respawn der items oder den respawn der items ausgeschaltet oder deaktiviert sagt man und ja ich hoffe die sachen verschwinden dann nicht plötzlich ist ja ein bisschen holz kommt da nehmen wir mit wenigstens etwas jetzt sowieso gerade durst ich nicht ja gerade saft da trinken und dann machen wir noch mehr jucca saft baum wo ist der baum da oder mal die im rücken haben ja gut ich würde sagen ich mache den baum mir noch ich renne zurück und dann melde ich mich am nächsten tag wenn wir dann weiter gehen weil ich glaube dass es jetzt erstmal langweilig wird ups 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 und ja wir sehen uns dann in der nächsten folge ist ein dann bei 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 Vielen Dank.